So Freunde, eine Sache, die mich schon extrem lange stört, ist die Durchzugs-Skala. Ich glaube, die Pfeife hat so ungefähr 7,2 von 10 auf dem Durchzugs-Skala. Das ist für den Arsch. Das ist wirklich für den Arsch. Das ist einfach, das ist zu subjektiv, das ist nichts, was wir messen können, das muss geändert werden. Und wir ändern das heute. Ich präsentiere die Stimulation-Pumpe inklusive einem Manometer mit einem Adapter für Schläuche, sodass wir heute einen Haufen Pfeifen durchmessen, wir eine perfekte, vergleichbare und nice Zahl raushaben, sodass ich euch in den Reviews ab sofort einen perfekten, vergleichbaren Wert für den Durchzug präsentieren kann. Und wir messen heute durch. Angefangen mit der Edition 5 Premium Plus. Ist relativ einfach. Hier ist eine Pumpe drin, die kann maximal 45 Liter die Minute durchsetzen. Ich habe hier ein kleines Manometer. Ich habe einen leicht modifizierten Schlauch mit einem Adapter drin, sodass ich das Manometer anschließen kann. Ich muss immer diese Pumpe nehmen und ich muss immer diesen Schlauch nehmen, damit alles gleich bleibt. Nur eine Variable wird sich ändern und das sind die Pfeifen. Ich muss eigentlich nicht so viel machen, außer einmal die Pumpe anzuschalten auf 45 Liter pro Minute, mein Gerät hier anzuschalten und jetzt sehe ich hier schon einen Wert, minus 24, 26, 25. Also ich habe hier einen Wert auf dem Gerät. Jetzt sind es minus 30. Und das heißt, ich lege mir den Schlauch halbwegs so hin, wie ich das dann haben wollen würde. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel den Schlauch abknicke, kann ich euch mal zeigen, also mit dem Wert hier drauf, wenn ich den Schlauch abknicke, seht ihr, wie die Zahl höher und höher geht. Und das ist schlecht, weil das ist mehr Widerstand. Und das wollen wir ja nicht. Versteht ihr? Ihr seht aber auch, dass da jetzt schon eine Zahl angezeigt wird und die wollen wir nicht. Das heißt, wir nullen das ganze Gerät einmal. Er kalibriert sich kurz neu und jetzt ist die Zahl, die wir hier auf dem Display sehen, eine 0. Beziehungsweise, weil ich den Schlauch jetzt anders halte, sehen wir eine minus 4, minus 3. Aber lasst euch gesagt sein, wenn ich das einmal kurz kalibriere, dann ist das gut. Dann bringe ich den Schlauch in die Position, wie ich das Ganze gleich messen werde. Ja, und wir sind auch bei minus 1, 0. So, wunderbar. Das Ganze ist kalibriert. Jetzt schließe ich das an die Pfeife an und wir sehen, dass für die Edition 5 1.100 die Kugel schwankt halt hin und her. Dadurch, dass die Kugel hin und her fliegt, ist der Wert nicht perfekt. Also er verändert sich leider leicht. Ja, also wie gesagt, wir sehen leider, dass das Ganze hin und her schwankt. Aber ich würde sagen, 1.100 ist ungefähr ein fairer Mittelwert. Dann können wir das Ganze einmal tauschen. Wir machen weiter mit der nächsten Aeon. Und nehmen uns die Lounge Basic als nächstes. Da sollten hoffentlich, dadurch, dass wir keine Kugeln drin haben in der Lounge Basic, sollte das also deutlich angenehmer werden. Ich schließe das Ganze an die Lounge an und da sehen wir 183, 183, 185. Wunderbar, dann trage ich das auch ein und nehmen uns die Lounge Plus. So, übrigens noch ein paar Infos dazu. Die Pumpe wurde mir gebaut von Stimulation. Da geht ein dickes Dankeschön an Alex und vor allem an seinen Papa, den Stefan, raus. Ich hatte da mit denen mal drüber geredet, dass ich so ein Gerät noch mega gerne hätte für die Reviews. Und der Stefan so... Und hat mir da kurz mal so ein Ding gebaut, natürlich funktioniert diese Pumpe für alle Pfeifen gleich. Die weiß nicht, wann da eine Stimulation dran hängt und wann eine Aeon da dran hängt. So viel sollte klar sein. Übrigens, es wird auch immer ohne Wasser gemessen. Beim Wasser entstehen zu viele Fehler, wo ich Probleme schaffen könnte. Es wird einfach nur immer der Widerstand von der Pfeife ohne Wasser gemessen. Vielleicht hätte ich bei der einen mal zu viel Wasser drin, bei der anderen zu wenig. Wie sich ein Diffusor beim Rauchen anfühlt, könnte dementsprechend auch anders sein. Ein Diffusor kann sich vielleicht auf der Durchzugsskala mit einem schlechteren Pascal-Wert äußern, fühlt sich aber in echt gut an beim Rauchen. Und am Ende des Tages ist das Gefühl, was ihr ganz subjektiv beim Rauchen habt, eh das Wichtigste. Dann ist egal, was in meiner Liste steht, wie viel Durchzug die Pfeife hat. Hauptsache es gefällt euch. Aber damit ich einen vergleichbaren Wert habe für die Reviews, ist das der beste Weg. Gut, wir machen weiter. Edition 5 Lounge Plus, da wird es jetzt ein bisschen komplizierter. Bei der Premium haben wir es jetzt einmal Basic gemacht, ohne Durchzugsverstellungsfeature, by the way, da drin. Lounge Plus wird jetzt komplizierter. Ich habe jetzt den Molassefänger drin, ich habe das Durchzugsverstellfeature drin, aber auf der offensten Stelle und ich habe den Diffusor dran. Und wir werden jetzt mehrere Messungen mit dieser Pfeife machen, um zu gucken, wie viel Durchzug welches Feature kostet. Okay, das machen wir jetzt. Also einmal wieder Nullen und Attacke. Wir haben mit Molassefänger, Durchzugsverstellung und Diffusor einen Wert von 680 Pascal. Jetzt wird die Pfeife umgebaut und als erstes entfernen wir bei der Pfeife einfach mal den Molassefänger. Und es zählt übrigens auch nicht die Stelle des kleinsten Durchmessers. Das sind Widerstände, wie bei der Elektrizität. Wenn du mehrere Widerstände hintereinander setzt, addieren die sich natürlich. Und dann schließen wir das Ganze an und wir sehen, wir sind nur noch bei 362. Also da seht ihr, was allein der Molassefänger ausmacht. Jetzt bauen wir als nächstes noch das Durchzugseinstellungsfeature raus. 327, ja ich würde sagen 327. Jetzt machen wir noch den Diffusor ab, dann sind wir mit der Edition 5 durch. Widerstand vom Schlauchanschluss und die Pfeife hat jetzt noch 180. So, zum Vergleich haben wir jetzt noch eine letzte Aeon und zwar eine Edition 4 Launch. Und dann schließen wir das Ganze einmal an. Und dann sehen wir, die Edition 4 hat einen Widerstand von 135. 135 nur. Das ist nix. Die neue Mose Breeze Pro. 215, nehmen wir die Mitte. Breeze 2. Also wenn ich den Schlauch in der Hand habe, verengt er sich schon minimal. Und die Breeze 2 hatte 253. So, also die Breeze Pro nochmal minimal besseren Durchzug als die Breeze 2. Also die Pro etwas verbessert im Vergleich zu Breeze 2. Gut, nächste Pfeife. Und da nehmen wir die Flashbang. Ach, die Flashbang. Wir nehmen als nächstes die Emotion Future. Und die Emotion Future hat 175. So, next one, Flashbang. Was haben wir? 200. Zum Vergleich habe ich auch noch ein paar russische Pfeifen. Unter anderem hier die wunderschöne Midnight von El Bomba. Und da sehen wir schon, die russischen Pfeifen, die haben auf jeden Fall einen deutlich schlechteren Durchzug. Da sind wir schon bei einem Widerstand von, nehmen wir 420. Äh, 420 meine ich natürlich. Wir bleiben bei den russischen Pfeifen. Wir nehmen aber jetzt eine russische Pfeife, die meiner Meinung nach einen etwas besseren Durchzug hat. Für russische Pfeifen. Die Alpha. Dann machen wir 320. Das ist, glaube ich, fairer. 320. Also für eine russische Pfeife auf jeden Fall einen Ticken besser. Aber immer noch ziemlich geschlossen. Und wo wir schon von russischen Pfeifen haben, nehmen wir noch diesen Trümmer hier. Der passt gar nicht ganz auf die Cam. Das ist eine McCloud. Oh, trotz Größe weniger Widerstand als eine El Bomba. Da sind wir bei 390. Krass. Dann habe ich zum Vergleich noch eine Tradi. Allerdings muss ich bei der Tradi dazu sagen, dass das die ATH-Tradi ist. Und die hat für einen Tradi-Durchzug schon einen relativ offenen Durchzug. 297 würde ich sagen. Stimulation Ultimate. Die darf natürlich auf dieser Liste nicht fehlen. Und da sehen wir, die Ultimate hat 408. Trotz alle Kugeln drin. Aber zum Spaß kann ich euch mal was zeigen. Das stufenlos verstellbare Durchzugssystem. Oh, oh, oh. Jetzt habe ich fast komplett gekillt den Durchzug. Mal wieder schön aufmachen. 400 war unser perfekter Wert. Ich würde sagen, ziemlich genau 400 ist es bei der Stimo. Oh, und das ist auch schön zu hören, wie die Kugel dann reinfliegt. Die flattert nämlich nicht wild rum. Das ist dieses Moon Gravity. Die legt sich da schön drauf ab. Und wenn ich jetzt ausmache, hört mal, ob ihr so einen Klacken hört vielleicht. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera hört. Aber ich höre auf jeden Fall nice, wie Moon Gravity da richtig schön dann. Plopp. Sehr gut. Next one. Pro X Mini. 327. Die Expansion Mini. Oh, ist das Highscore? Ne, fast. Die Expansion Mini hat 145. Und unser Highscore geht immer noch an die Edition 4 Launch. Mit Kugel 532. Evoque Mini mit Kugel 734. Und ohne Kugel nur noch 182. Da sieht man, was so eine Riesenmetallkugel für den Durchzug tut. Aber muss halt drin sein, ne? Viro Penta. Sehr schön. 181. Viro Versa. 172. Evoque Groß 640. Und ohne Kugel nur noch 158. Nice. Mose Sphere 2. Uiuiui. 164. Die Prime Pro X. 245. Die Case Grid. Oh, der Schlauch ist abgeknickt. Das ist nicht fair. Und da haben wir 253. The Hooker Venom. 260. Und dann haben wir noch eine Aladdin Epochs 360. 314. All right. Das war's mit dem Durchzugstest. Die Tabelle ist für euch unter dem Video verlinkt. Lasst mich gerne wissen, was ihr darüber denkt. Ich bin super happy, dass wir das jetzt am Start haben. Dass ich nicht einfach mehr irgendwas erzähle und euch von meinen Gefühlen. Und ich habe einen Messbahnwert. Ich finde es geil. Ich hoffe, ihr auch. Danke fürs Zusehen. Gerne einen Daumen nach oben für dieses Gerät, für dieses Video, für die Messungen. Bis zum nächsten Mal. Eure Sticherwege.